Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, zu der Frage, warum ist die unsichtbare Hand kein Dreadnought, sondern Trägerzerstörer? Warum ich das gerne machen würde, ist, dass nämlich in den vielen Wikiseiten oder den vielen Quellenbüchern wird die unsichtbare Hand als ProDevins Dreadnought bezeichnet, was sie in Wahrheit nicht ist. Und das würde ich euch gerne hier zeigen. Warum ich das machen würde, ist, in Battlefield 2 sieht man den ProDevins, gerade hier im Hintergrund, schön zu sehen. Und das wird immer als Dreadnought ins Spiel betitelt und das ist sie nicht. Darüber rege ich mich genügend überauf und das würde ich mal kurz klargestellt haben. So, das ist die unsichtbare Hand, ein sehr schönes Schiff. Sie ist ungefähr 1km lang. Eine Dreadnought ist eigentlich 2km lang, deswegen passt schon von uns das Größenverhältnis schon mal gar nicht. Aber das sehen wir später nochmal. Abgesehen von den Größenunterschieds, was gibt es denn sonst noch, wo man einen ProDevins Dreadnought mit einem Trägerzerstörer auseinanderhalten kann? Nun denn zu 1, die Bewaffnung. Von der Bewaffnung her kann man am besten unterscheiden, die ist die Frontalbewaffnung als ProDevins Dreadnought. Zum einen die 4-Links-Turbelaser. Die sind unterhalb der Brücke platziert, ungefähr in ihrer Nähe ungefähr. Das sehen wir jetzt, ähm, jetzt mal bei einem Trench-Schiff. Auch hier sieht man, sie sind da ungefähr da, wo die Laser-Geschüsse sind, ähm, da sind das ungefähr 4 Stück an der Zahl. Müsste es ungefähr 4 sein, ja. Und hier sieht man die, ähm, nochmal bei der Start bei der Citadel, ähm, nochmal ProDevins mit einem 4-Links-Turbelaser unterhalb der Brücke. Auch hier sieht man wunderschön die 4-Links-Turbelaser, ähm, das ist von Kondukus ProDevins Dreadnought aus der 6. oder ich meine 5. Start von der Clone Wars. Ähm, also die 3 Bilder, ähm, die ich hier zeige, sollen eigentlich genügend sein, um zu sagen, dass es keine Modifizierung ist, die 4-Links-Turbelaser an bestimmten ProDevins, sondern eher schon Standard ist. Also es gibt noch mehr Bilder, allerdings ist das schwierig, da ein bisschen herauszufotografieren, sag ich jetzt mal, weil, ähm, ja, weil die nicht immer rumballern. Also die 4-Links-Turbelaser, also nicht jede Waffe in Star Wars feuert irgendwie ab, irgendwie, weil es seltsamerweise komisch ist, aber shit happens, es ist so leider. Jedenfalls kann man sagen, dass mehr, ähm, dass die 4-Links-Turbelaser schon Standard bei den ProDevins Dreadnoughts sind und keine Einzelmodifikationen sind. Und, ja. Nun, äh, ein weiterer Unterschied, ähm, zur Bewaffnung ist, dass unterhalb, ich nenne es jetzt mal Schnabelts, ähm, wo ihr die Laserschüsse sehen könnt, in dem Bereich mehrere Geschütztürme sind, die rumschießen können. Ähm, ja, ich hab noch ein paar Bilder, das zeige ich euch jetzt mal, um zu zeigen, dass auch, ähm, ja, im Massenhaft vorhanden ist. So, ich hab euch jetzt, glaube ich, ein paar Bilder präsentieren können, um zu zeigen, dass das, ähm, ProDevins Dreadnoughts standardmäßig eben halt die Fliese-Frontalbewaffnung hat, die 4-Links-Turbelaser und die unteren Geschützreihen, die ihr eben halt wieder sehen konntet. Ähm, wie soll ich das jetzt nochmal am besten ausdrücken? Also, die unsiebbare Hand hat das überhaupt gar nicht, diese Frontalbewaffnung gar nicht. Das sehen wir jetzt gleich in den nächsten Bildern. Und, ähm, wie gesagt, die Größe passt nicht zur unsiebbaren Hand. Ich kann auch nicht verstehen, warum mehrere Quellenbücher oder die ProDevins in Battlefront 2-Zeltnot bezeichnet werden. Also, die Größe passt nicht, die Bewaffnung haben die nicht. Ich verstehe nicht, warum die Autoren so viele Fehler machen, außer die Entwickler auch von DICE, also von Battlefront 2, dass sie das irgendwie nicht hinkriegen. Aber nun gut, ähm, ich zeige euch jetzt in den nächsten Bildern nochmal weiter den Unterschied, um dass ihr das besser erkennen könnt. Hier ist nochmal die unsiebbare Hand aus Episode 3. Man sieht, zum Vergleich zum Venator, der Venator ist auch übrigens 1 km lang und keine 2, dass die Bandschiffe auf gleicher Größe sind und von dem Größenunterschied her natürlich dann die unsiebbare Hand gar keine Entwickler sein kann von der Größe her. Hier nochmal von vorderen Buchseite der unsichtbaren Hand sieht man, dass da keine Fehlings-Tuberlässe unter der Brücke sind und am Bandschnabel keine Geschütze. Ähm, etwas schlechtere Qualität. Leider muss ich es mit dem Handy fotografieren, weil ich es schlecht bitte dazu finden kann, aber man sieht schon deutlich, dass sie da keine Geschützstellung hat wie ein NetWetnot. Hat sie nicht. Hier sieht man zum Beispiel deutlich unterhalb der Brücke, man sieht da keine Fehlings-Tuberlässe oder etwas ähnliches an Bewaffnung oder Geschützen. Man könnte die drei Klappen da vorne als Geschützstellungen, die eingefahren wurden, vielleicht betrachten, aber das ist immer noch nichts, denn vielleicht so ein NetWetnot, die immer noch 4 hat und anders positioniert sind. Also, da sieht man den Unterschied nochmal etwas deutlicher, finde ich. Und das sind jetzt eben halt die Unterschiede zwischen Brücke, Wetnot und Trägerzerstörer oder, um besseres auszudrücken, zwischen einer unsichtbaren Hand, die ein Trägerzerstörer ist und eine Brücke, Wetnot. Fad... Und ich finde es schade, dass sie eben mehr oder weniger so, ja, sagen wir mal, die meisten Star Wars-Fans den Unterschied nicht erkennen können, was ein Unterschied ist, oder beziehungsweise es nicht hinkriegen, die unterschiedlichen Quellen zu analysieren, um dann zu beurteilen zu können, wo dann der Unterschied dran ist. Also die zwei bekanntesten Merkmale sind einfach die Größenunterschiede und die Frontalbewaffnung des Brudelwinds. Und ich finde es einfach schade, dass zum Beispiel bei vielen Wikisetten oder Büchern eben halt die unsichtbare Hand als Dreadnought aufgeführt wird und die Bewaffnung, die dazu aufgeführt wird, dann auch über die Dreadnought-Variante dazugetragen werden, was ja an sich ja nicht passt. Weil wir ja gerade gesehen haben, weil die Frontalbewaffnung, also die Bewaffnung zwischen Träger und Zerstörer und Dreadnought ist ja unterschiedlich. Dementsprechend, ähm, ja, passt die Bewaffnungsanzahl, die zur unsichtbaren Hand gehört, eben halt nicht zur Dreadnought, sondern eher nur zum Träger und Zerstörer, was sie dann eben halt sie ist. Deswegen, ja, wirklich irgendwie schade, dass die meisten Fans das nicht gebacken kriegen oder nicht analysieren können. Ich will jetzt niemand Unfähigkeit unterjubeln, aber die meisten würden das nicht erkennen oder nicht mal daran denken. Also selbst die meisten Separatisten-Fans, die ich kenne, würden das, glaube ich, nicht erkennen. Was ich schade finde. Und dann vorab nochmal, ähm, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt und ich möchte mich nochmal für die ein paar schlechten Bilder entschuldigen. Wie ich schon mal erwähnt habe, habe ich das mit dem Handy eben fotografiert, weil es bei Google irgendwie nicht so viele gute Bilder gibt. Beziehungsweise, mit dem Handy kann ich besser sagen, großen Fernseher ein bisschen ranzummen, wo die Geschütze sind. Das sieht man bei den meisten Bildern leider etwas schlecht. Ich möchte, glaube ich, demnächst auch mal ein Video machen, um zu zeigen, dass die unsichtbare Hand, äh, eigentlich die einzige Träger-Zerstörer-Variante ist. in den gesamten Klonkriegen. Die ist eigentlich eine Einzelanfertigung, wenn man so will. Alle anderen Protövins sind eigentlich alle nur Dreadnoughts und sie ist eigentlich nur Träger-Zerstörer, was ich irgendwie witzig finde. Aber nun gut, danke dafür, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Aber heute ist es so sehr vieles wichtig. Also, wenn ihr